So. Hallo Leute. Ja, es geht weiter mit dem Let's Play von Field 3 als Vettel. So, hier liegen ein paar Leichen rum. Mehr ist hier auch nicht. Kommando, dir Charlie Two Six Alpha. Habe das Ziel verloren. Na ja. Darauf sappen kann ich nicht, aber... Stirb. Stirb. So. Und... Ja. Laufst du nicht. Brauche Hilfe! Scheiße! Scheiße! Mann, Mann, Mann. Macht mir wirklich nichts. Eingreift, Truppe! Perfekt euch! Okay, jetzt, ja. Ich bin getroffen! Ja, ich bin getroffen. Das ist richtig. Okay. Nicht allzu viel zu entdecken. Fernseher, der... Oh, okay. Man kann ihn zerschießen. Sehr löblich für's Spiel, also für die Physikentwicklung. Ja. Ja. Wollen wir hier... Stimmst du zu? Stopp! Kriminal! Geht zu! Scheiße! 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 Entendeckung! Blöken vor! Aaaaaaah! Scheiße! 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 So. Besser. Lass ich die Bisschen. Ja, ich hab keine Pistolen-Munition, Mann. Trägt mich das wieder auf. Ja, nur diese schwule MP. Kommando Charlie 2 6. Benötige voraussichtliche Ankunftszeit für Mecha-Unterstützung. Ah. Mami, äh, ja. Elmerpuppen. Die geben ordentlich Punkte. Und... Jetzt... Sind wir an der Stelle angelangt. Mh... Die... So ein bisschen... Knifflig wird. Weil... Ja, genau. Fack, fack, fack! Ja, genau. So viel zum Thema unproblematische Führung. Okay. Jetzt müssen wir leider warten, bis die Energie wieder voll ist. Ähm... Weil hier ist so ein... Toller... Toller... Rackigenwerper. Und... Ja, ihr seht... Wieder unten. Ja, das ist voll reinballert. Wir müssen mal wegfliegen. Okay. Bye. Yaa, ich schätze gleich, wie wenn... Lin, is dir auch schon mal gewöhnt? Ja... Ich他的 gep aumento in den Fall. Ich hoffe es mir loh, wenn ich gleicheanne fixe... Ich bin Pastor. Ja, ich hab ihn! Ich hab ihn geplättet! Visiereinrichtung, oh man ey, regt mich ja auf die Alten! Ich will mein Scharf schützen, wie wir wieder haben. Was ist denn so behindert hier? Maaan! Okay. So. Ja, mit Beziehung geht uns aus. Feind ausgemacht! Ziel voraus! Wo ist er tot? Wir müssen weiterkommen hier. Was, 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 was? Was ist hier? Ja, trafen! Hundertes Scheiß, ich hab ihn hier frisst. Ja, genau. Und dann ist das auch so. Ja, und da. So. Nee, hast du nicht. Du. Nicht. Gut. Alter Schwede. Ja, jetzt auch hinter sich. Der sowieso. Jetzt kommen wir dann aufs, ja. Ja, hier wird er wieder geschafft gewesen. Ähm. Was an dieser Stelle hier unglaublich praktisch ist. Weil, ja. Wir. Verstanden? Wiener O. Ja. Der kann, eben, ja. Der teleportiert. Meistens seltener. Ähm. Das ist ziemlich gefährlich, ne. Vor allem wird es durch die Scheiße. Mach mal wieder. Ähm. Ähm. Wir kommen nicht mehr zurück! Geis noch. Geist noch! Oh, no, no, no. Canata! Uuuuhh! 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 Gutempeckung! Jaaa! Uuhhh! Uuuuhhh! Ich brauch Unterstützungen und zwar sofort! Nee du brauchst Kanonen mit Mittex! Haha, f***! Team ist immer noch aktiv! India 2-4, facing former Iten! So, jetzt geht's ab hier. Oh, ja, genau. Back, 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 back. Lock, 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 alter, lock, lock, lock. Und wir sind verreckt. Wir sind verreckt, Leute. Macht nix. Wir steigen hier an der Frontkantik gleich wieder von vorne ein. Wir haben diesmal so ein Geld. Das Team ist immer noch aktiv. India 2-4. Pacing vorbereiten. Alle Augen nach! Wir müssen das Ganze ein bisschen verkürzen. Wir müssen das Ganze ein bisschen verkürzen. Eben auch einen beschissenen Kampfer runter! Held, kommt weg! Scheiße! 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 Ich wollte nichts machen! Ja, ich kriege den Zul in Kopp für mich für immer als mit meinem Helm auf. Würde ich ja auch gängen können, ja. Ich starte halt jetzt, oder? So, die nächste Zul. So, hier rauf, hier rauf, hier rauf hier. So. Boah. 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 Stand by! Ich hab's vielleicht bald! Wie viel Scheiße! Weckern solltest du das jetzt! Okay. So, ähm. Hier sollte man besser nicht rauf kommen. Weil, ähm. Man kommt hier nur ganz schwer wieder weg. Weckern solltest du. Weil das ist nicht nur eine der Fall, die hier. Weckern solltest du was machen. Und... 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 Schau. Schau. Der Schau. Der Schau. Der Schau. Der Schau. wieder lecken. Okay, erstmal Pause für diesen Teil. Geht sofort weiter.